Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha WG. Heute ein etwas anderes Video, denn ich habe News für euch, beziehungsweise News, die diesen ganzen Channel hier betreffen. Ihr wisst ja, dass bei Shisha YouTube alles demonetarisiert wird, das heißt man kann mit YouTube, beziehungsweise mit Shisha Videos auf YouTube kein Geld durch die normalen Werbeeinnahmen erzielen. Das ist natürlich ein bisschen schade, weil das Geld könnte man natürlich gerne dafür nehmen, noch mehr Pfeifen zu testen, noch mehr Köpfe zu testen und noch mehr Tabak zu testen. Allerdings gibt es da ein neues Feature auf YouTube und zwar ist das die Kanalmitgliedschaft und auch die ist jetzt für den Channel endlich freigeschaltet. Ich habe mich da was Cooles überlegt, es gibt verschiedene Stufen, die fangen schon bei 1,99 an, gehen dann bei 4,99 und 9,99 bis hin zu 25,99. Für diese verschiedenen Stufen kriegt ihr natürlich auch verschiedene Sachen. Was mir ganz wichtig ist, es wird auf jeden Fall nichts verborgen, was irgendwie normal hätte auf den Channel kommen sollen. Sprich die Reviews von Tabak und Pfeifen und Köpfen und Co., die Tutorials über Kopfbau bis hin zu kleinen Tricks und Tipps rund ums Thema Shisha wird auf jeden Fall ganz normal weiter kommen, ohne dass da irgendjemand was für bezahlen muss. Was man allerdings dafür kriegt, wenn man sich entscheidet, Marvin, ich mag deine Videos, ich mag, dass du das machst, ich will dir eine kleine Unterstützung zukommen lassen, sind ein paar Sachen. Das erste und wichtigste wäre zum Beispiel, dass in Livestreams, in denen es ja mittlerweile manchmal doch ziemlich voll wird mit bis zu oder sogar über 200 Leuten, ist der Chat ja dann doch manchmal relativ voll. Die Mitglieder, die sich dazu entscheiden, zwischen 2 und 25 Euro monatlich dem Channel hier zur Verfügung zu stellen, werden einen Modus bekommen, in dem wir nur den Chat von den Mitgliedern laufen lassen können. Sprich, wenn es mal irgendwie übertrieben voll ist und ich gar nicht mehr hinterher komme, können wir eben den Mitglieder-Chat only aktivieren, dann können nur die Leute schreiben, die eben drin sind. Ich werde es natürlich nicht zu oft machen, ich will da niemanden zu drängen, dass er das kaufen muss, beziehungsweise dass er Mitglied werden muss von Shisha WG, aber wenn es halt mal vielleicht übertrieben voll wird, dann werde ich das auf jeden Fall reinhauen. Was wir auch machen können, sind auch Livestreams nur für Mitglieder, was natürlich auch eine ganz coole, entspannte, relativ familiäre Stimmung dann irgendwie wäre, ein bisschen weniger los, dafür schön ausführlich auf verschiedene Fragen eingehen zu können. Für 9,99 habt ihr dann nochmal für Feature und für die Leute, die sich sogar entscheiden, 25 Euro im Monat auszugeben, wird es auch noch eine extra WhatsApp-Gruppe geben, wo ich dann auch mit drinne bin, wo wir über alles Mögliche rund ums Thema Shisha reden können. Was man natürlich auch bekommt, sind Sticker, bis jetzt habe ich da zwei, so einen Tonkopf und einen Funnel, aber da können wir natürlich noch viele weitere Sticker, beziehungsweise Emojis erstellen, da würde ich dann einfach mit euch drüber reden, was fändet ihr geil, was sollen wir damit reinpacken und dann machen wir das. Plus, was man auch bekommt, ist so ein Mitglieds-Batch, das heißt, wir sehen direkt, wer unterstützt den Channel und vor allem sieht man auch, wie lange die Leute schon unterstützen. Das fängt dann an mit einem schwarzen, geht dann nach einem Monat zu einem blauen, nach nochmal ein paar Monaten zu einem grünen und dann irgendwann zu einem gelben und dann könnten wir sogar noch nach einem Jahr oder nach zwei Jahren noch andere Badges vergeben. Das finde ich auf jeden Fall cool, weil oft schreiben Leute so, Digga, ich bin schon zwei Jahre bei dir am Start und bin schon seit zwei Jahren Mitglied und das würde man dann eben direkt an dieser Badge sehen, was ich sehr, sehr geil finde. Also Leute, ich werde nichts für euch verstecken, es werden natürlich unveröffentlichte Aufnahmen oder kleine Videos, die dann nur für die Leute sind, kommen, aber das wird jetzt nichts sein wie ein besonderes Tabak-Review oder so, das würde ich niemals von jemandem verheimlichen wollen, auch Shisha-Reviews und Co. und Livestreams werden natürlich ganz wie gewohnt anschaubar sein, aber für die Leute, die sagen, Marvin, ich schätze deine Arbeit, ich bin froh, dass du das machst, du hast mich schon wie oft vor dem Kauf einer schlechten Tabakdose bewahrt oder mein Geld in die richtigen Tabakdosen fließen lassen, weil ich dann genau wusste, was ich mir kaufen will. Wenn euch das was wert ist und ihr das wert schätzt, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr euch überlegt, Mitglied bei SWG zu werden. Die Funktion ist jetzt auf jeden Fall freigeschaltet, ich würde mich freuen, wenn es ein paar von euch mitmachen und ansonsten sehen wir uns wie gewohnt im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut Leute! ... ... ... ... ... ...